Wir werden dieses Gleichungssystem grafisch und algebraisch lösen. Zuerst grafisch. In der ersten Gleichung ersetzen wir x zum Beispiel durch 0 und so erkennen wir, dass y dann 3 sein muss, was bedeutet, dass der Punkt mit Koordinate 0,3 zu dieser ersten Geraden gehört. So, jetzt ersetzen wir y durch 0 und erkennen, dann muss x 3 sein, also gehört der Punkt mit Koordinate 3,0 zu der ersten Geraden. Wir haben zwei Punkte, also können wir diese erste Gerade zeichnen. Bemerken wir, dass die Koordinate von jedem beliebigen Punkt dieser Geraden diese erste Gleichung erfüllt. Jetzt machen wir dasselbe mit der zweiten Gleichung. Wir ersetzen zuerst x durch 0 und erkennen, dann muss y minus 5 sein, so. Also gehört der Punkt mit Koordinate 0,5 zu dieser zweiten Geraden. Wenn wir y durch 0 ersetzen, so sehen wir, dass x 5 sein muss, also gehört der Punkt mit Koordinate 5,0 zu dieser zweiten Geraden. Wir haben zwei Punkte, also können wir diese Gerade zeichnen. Wir bemerken wieder, die Koordinate von jedem Punkt dieser roten Geraden erfüllt diese zweite Gleichung. Der Schnittpunkt liegt auf beiden Geraden, also muss seine Koordinate beide Gleichungen erfüllen, was bedeutet, dass die Lösung von diesem Gleichungssystem das Zahlenpaar 4 minus 1 sein muss. Jetzt Algebraisch. Wir werden die zwei Gleichungen vom Gleichungssystem einfach addieren und somit wird y verschwinden. So erhalten wir x plus x, also 2 mal x, gleich 3 plus 5, also 8. Und demzufolge muss x 4 sein. Wenn wir von der ersten Gleichung die zweite subtrahieren, so verschwindet x und wir erhalten y minus minus y, also 2 mal y, gleich 3 minus 5, das heißt minus 2. Und daher wissen wir, dass y minus 1 sein muss. Allgebraisch finden wir also als Lösung das Zahlenpaar 4 minus 1. Natürlich stimmt diese Lösung mit dieser überein.